Die UEFA Champs League ist einer der größten und beliebtesten Wettbewerbe, die der Fußball zu bieten hat. Jeder Spieler, jeder Trainer und jeder Verein wollen irgendwann mal genau dort mitmachen. Nicht nur, weil man so einige neue Fans dazu gewinnt, sondern weil auch der Name eines Klubes dadurch profitiert. Denn umso häufiger man an der Champs League teilnimmt, umso länger bleibt der Name eines Klubes im Kopf. Vereine wie Dynamo Kiew, RSC Anderlecht, Rosenburg Trondheim oder Olympiakos Perios kennen die meisten hauptsächlich nur, weil sie sich so häufig für die Königsklasse qualifiziert haben. Wäre es nur einmal der Fall gewesen, wären die Klubs deutlich unbekannter. Im heutigen Video geht es um 5 Fußballvereine, wo ihr niemals gedacht hättet, dass sie sich schon mal für die Champions hier qualifiziert haben. Teil 2 Nummer 1, Newcastle United Viele werden Newcastle United schon längst kennen. Denn dieser wurde im November dieses Jahres für insgesamt 360 Millionen Euro vom saudi-arabischen Staatsform PIF mehrheitlich übernommen. Und Newcastle ist mit rund 400 Milliarden Euro nicht nur einer der reichsten, sondern mit weitem Abstand, mit ganz weitem Abstand, der reichste Fußballverein der Welt. Deshalb wird es auch nicht mehr so lange dauern, bis Newcastle irgendwann mal in der Königsklasse spielt. Was allerdings wenige wissen, ist, dass Newcastle schon einmal Champions League gespielt hat. Und das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Das erste Mal für die Champions League qualifizieren konnte sich Newcastle in der Saison 1997-98, als man in der Premier League den zweiten Platz erreichen konnte. Zwar musste Newcastle erst ein Qualifikationsspiel gegen Dynamo Zagreb absolvieren, aber nachdem man das enge Spiel mit 3 zu 4 gewann, war der Klub dann nun offiziell für die Champions League Gruppenphase qualifiziert. In der Gruppenphase erwischten die Magpies die Gruppe C zusammen mit dem FC Barcelona. Anfangs ist man gar nicht so schlecht gestartet und man besiegte sogar den FC Barcelona und spielte direkt danach unentschieden gegen Dynamo Kiew. Aber nach drei weiteren Niederlagen und einem einzigen Sieg, hier ist es auf Platz 3. Auf Wiedersehen. Nach paar erfolglosen Saisons spielte Newcastle erst 2002 wieder in der Champions League. Damals startete der Klub direkt in der Gruppenphase, wurde auch in dieser zweiter. Allerdings gab es in der Saison 2003-2004 eine weitere Gruppenphase, wo man dagegen mit 7 Punkten auf Platz 3 ausschied. Heute spielt der Verein zwar noch in der Premier League, allerdings meistens im unteren Mittelfeld und aktuell ist er abstiegsgefährdet. Aber mit dem ganzen Geld, die der Verein jetzt hat, wird der Verein sicherlich irgendwann mal in der Champions League spielen. Nummer 2, FC Kusisu. Der FC Kusisu, übersetzt FC 96, ist ein finnischer Fußballverein aus der 120.000 Einwohner großen Stadt Lati. Auch sie konnten sich schon einmal für die Königsklasse begeistern, sonst wären sie jetzt nicht in diesem Video. In dieser Saison 1991 wurde der FC 96 finnischer Meister und war somit für die Königsklasse 1992-93 qualifiziert. Wie gewohnt startete damals die Champions League nicht in der Gruppenphase, sondern es gab vorher ein, zwei Spielrunden, bevor es in die Gruppenphase geht. Der FC 96 musste dann also in der ersten Runde starten und bekam dort den rumänischen Meister Dynamo Bukarest als ersten Gegner. Der FC 96 war zwar der deutlich schwächere Verein, nachdem sie aber den FC Liverpool letzte Saison im UEFA Cup mit 1 zu 0 schlagen konnten, steckte viel Kampfgeist in dieser Mannschaft. Das erste Spiel gegen die Rumänen konnten sie dann auch tatsächlich mit 1 zu 0 besiegen. Und im zweiten Spiel ist man zwar leider durch eine 0 zu 2 Niederlage ausgeschieden, allerdings konnte man Dynamo immerhin bis in die Verlängerung drängen. Heute spielt der Klub lang nicht mehr international. Nachdem man 1995 aus der finnischen 1. Liga abgestiegen ist, hat der Klub den Spielbetrieb erst 2011 wieder aufgenommen. Dieses Mal nicht als FC QSQ, sondern der Verein spielt aktuell als Nachwuchsmannschaft des FC Lati in der 4. finnischen Fußballliga. Nummer 3, Ocelul Galac. Der FC Ocelul ist ein rumänischer Fußballverein, dessen Logo sehr stark an das vom FC Barcelona erinnert. Der FC Ocelul Galac gehört zu einer der größten Vereine des rumänischen Fußballs. In der Saison 2010-11 wurde der Verein zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte rumänischer Meister und qualifizierte sich damit direkt für die Gruppenphase der UEFA Champions League. Dort schiet man jedoch als Gruppenletzter mit 0 Siegen und 0 Punkten recht früh aus. Heute spielt der Verein in der 3. rumänischen Liga und musste im Frühjahr 2016 wegen finanziellen Problemen aufgelöst und neu gegründet werden. Heute heißt der Klub glaube ich ASC Ocelul Galac. Und schreibt mal gerne in den Kommentaren, wenn hier Rumänen unter uns sind, ob ich den Verein richtig ausgesprochen habe. Tut mir leid, falls es falsch war. Nummer 4, FC Brite Schalker 1898. Der FC Brite Schalker 1898, auch bekannt als Artmedia Bratislava, ist ein slowakischer Fußballklub, der in seiner gesamten Vereinshistorie in gleich 4 verschiedene Länder gespielt hat. Der Vorgängerverein von Artmedia wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und spielte damals in Ungarn. Während des 2. Weltkrieges wurde das Dorf, wo der Verein ihren Sitz hatte, eingenommen und gehörte dann von nun an zum 3. Reich. Nachdem der 2. Weltkrieg zu Ende ging, spielte der Klub zwei Jahre in der tschechoslowakischen 1. Liga. Und dann, nachdem das Land aufgelöst wurde, spielte der Verein in der Slowakei. In der Slowakei war Artmedia Anfang der 2000 Jahre einer der stärksten Vereine der Slowakei. Als man in der Saison 2004-2005 die allererste slowakische Meisterschaft holte, durfte man an die Quali-Spiele der Champions League teilnehmen. In der ersten Quali-Runde ging es gegen den kasachischen Meister Efka Kvairat Almaty. Das Hinspiel verlor man zwar 2 zu 0, aber weil man das Rückspiel 1 zu 4 in der Verlängerung drehen konnte, ist man weitergekommen. Das zweite Spiel in der zweiten Quali-Runde ging dann gegen den schottischen Vizemeister Celtic Glasgow. Das Rückspiel verlor man zwar 4 zu 0, aber weil man das Hinspiel überraschend mit 0 zu 5 gewann, ist man weitergekommen. Das entscheidende Spiel in der dritten Quali-Runde ging dann gegen den jugoslawischen Verein Efka Partizan Belgrad. Auch dort wusselte sich der Verein irgendwie durch. Spielte das Hinspiel 0 zu 0, das Rückspiel 0 zu 0, dann ging es in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen. In Elfmeterschießen konnte sich dann Artmedia beweisen und gewann gegen Partizan 3 zu 4. Artmedia war somit das allererste Mal für die Champs hier qualifiziert und man sorgte direkt am zweiten Spieltag für eine Riesenüberraschung. Obwohl man bis zur 45. Minute 2 zu 0 auswärts gegen Porto hinten lag, schaffte man das Unmögliche und drehte das Spiel gegen den Champions-League-Sieger von 2004 und gewann am Ende 2 zu 3. Diese eine Sieg und drei weitere Unentschieden haben gereicht, um in der Gruppe den dritten Platz zu erreichen und um in die Europa League damals noch UEFA Cup zu kommen. Dort verlor man jedoch direkt in der ersten Runde gegen den bulgarischen Fußballverein Leski Sofia. Wie viele andere Vereine auch auf dieser Liste, war es die erste und letzte Saison in der Champions League für die Slowaken gewesen. Und heute spielte der FC Artmedia Bratislava, nachdem sie 2010 aus der slowakischen 1. Liga abgestiegen sind und 2014 Insolvenz beantragen mussten im Mittelfeld der 2. slowakischen Fußballliga. Artmedia, das hört sich irgendwie an wie ein deutscher Teleshopping-Kanal. Oder nicht? Nummer 5. 1. FC Kosice Der nächste Verein ist wieder einer aus der Slowakei und zwar der 1. FC Kosice. Der 1. FC Kosice gewann 1997 und 1998 zweimal hintereinander die slowakische Meisterschaft und qualifizierte sich in der Saison 1997-98 für die Qualifikationsrunden der UEFA Champions League. Das erste Qualifikationsspiel war gegen den isländischen Fußballklub IA Akranes, die man ohne Schwierigkeiten 4 zu 0 schlagen konnte. Das zweite Qualifikationsspiel und auch das entscheidende war gegen den russischen Meister FK Spartak Moskau, die man überraschenderweise mit 2 zu 1 schlagen konnte. Der 1. FC Kosice war von nun an als erster slowakischer Fußballverein für die Champions League-Gruppenphase offiziell qualifiziert und bekam mit Manchester United und Juventus Turin eine Hammergruppe ab. Nach 6 gespielten Gruppenspielern in der Königsklasse und flog als Gruppenletzter aus dem Turnier aus. Der Verein startete einige Quali-Versuche, aber diese bleiben erfolglos und der Verein konnte sich nie mehr für die Champions League qualifizieren. 2003 stieg der Klub von der 1. in die 2. Liga ab und direkt danach von der 2. in die 3.. Am 30. Juli 2004 war dann Schluss, der von finanziellen Problemen geklagten Klub 1. FC Kosice wurde offiziell aufgelöst. Ja Leute, welchen Verein kanntet ihr, welchen Verein nicht? Schreibt das gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr einen Verein sogar live in der Champions League gesehen, wäre voll interessant, schreibt das gerne in die Kommentare. Schaut euch gerne noch den ersten Teil an, den verlinke ich euch hier in der Videobeschreibung oder klickt einfach hier in der Mitte in der Endcard. Liken und abonnieren nicht vergessen. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Liken und abonnieren nicht vergessen. Liken und abonnieren nicht vergessen.